In diesem Airsoft Video werden keine echten Waffen gezeigt, das ist nur Spielzeug und ist rein für die Unterhaltung. Lasst einen Daumen nach oben da und genießt das schlechte Video. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 12. 13. 14. 10. 15. 11. 12. 12. 14. 14. 16. Ich muss die Feder wieder kürzen. Guck mal, erst jetzt geht sie. Alter, ich muss die Feder kürzen. Keiner ist oben? Oh, oh, it's time for something. Blau, blau, blau? Blau, blau. Okay, alles okay, blau. Ich hab dich nicht getroffen, Petty. Ja, ich weiß, ich hab doch gehört, wie jemand mich eingeschlagen wird. Oh, wenn du hier bist, nicht gut. Kommt die von oben? Entwurf. Ja, ich auch. Ja, dann können wir noch nicht reden. Warum nicht? Miteinander. Miteinander können wir reden. Wir sind noch beide tot. Gehst du hin? Okay. Du hast doch nicht geschossen. Ja, warum gehst du dann raus? Ja, weil ich nicht gesehen habe, welches Vater du hast. Ja, Pech. Hab ihn? Hast du denn alle auf der Treppe weggemacht? Ja, drei waren es, gell? Ich guck, da sind drei hochgekommen. Ja, die hab ich weggemacht, ja. Wunderbar. Das war Paddy, war noch einer und noch ein schwarzer. Schwarzer? Ja, so schwarz gekleidet. Ja, so schwarz gekleidet. Ja, so schwarz gekleidet. Ja, so schwarz. Ja, so schwarz. Ja, so schwarz. Ja, so schwarz. Treppe rechts einer. Warum willst du mich gerne rumkämpfen? Ich bin dynamisch. Ich laufe von da nach da und nach da. Danke. Und ich habe auf das Ding. Ich bin dumm. Tschüss. Ich bin dumm. 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 Was ist denn da draußen? Du darfst nicht ins Klo, darfst nicht ins Klo! War das ein Waffentreffer? Helga, darf er das? Nein. Die werden ganz schön vergewaltigt. Das ist genau mein Spirit. Äh, ich liebe es eigentlich. Nein, fängt auch wieder an. Komm schon, komm schon. Geht. Geht. Einen hab ich. Ich weiß. Die haben nicht genötigt. Die haben gesagt, du hast keine Öffentlichkeit. Mit der Hose runter, 50 cm. Und er ist wieder zurück. 45 cm. Jetzt kommt mir doch mal den grünen hier an. Eingefahren im Zustand. Er lebt so. Sag mal Tracer. Geht gut. Geht gut. Hörst recht leise an, ne? Hörst du, sie kaum schießen die Knarre. Mega. Das DSG mit dem Lauflänge ist echt perfekt. Ist gut. Ja, gar nicht. Ja, leise. Ja. Tut es wehten. Tut es wehten. Blau pushen. Blau pushen. Sehr gut. Oh, geil. Johannes, die hängt ein blutendes Tempo aus der Hose. Was? Die hängt ein blutendes Tempo aus der Hose. Rechts. Was? Na, vielleicht so ein blutendes Tempo. Ist da Blut drauf? Nasenbluten? Nein. Schon lecker, ja. Oh, oh. Schau mal, wo deine Tage hattest. Ja. Ja. Sehr gut. Gleichzeitig eingestellt. Put your rim good. Die schicken diese Hinten zurück nach Gondor. Probier's bitte, okay? Okay, okay. Schade. Auf einen. Boop 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 boop. Where did you ram good? Alter, das ist ein Turm. Ich hab noch gesagt, bing, bing, boom. Burger Ramgut! 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 Untertitelung des ZDF, 2020